Battlefield hat seine Battlefield Moments, Battlefront hat Battlefront Moments. Auf den Schlachtfeldern ist so viel los, dass ständig irgendwas Kurioses, Witziges oder Beeindruckendes passiert. Und wenn dann noch jemand im richtigen Moment auf die Aufnahmetaste gedrückt hat, haben wir schon das nächste coole YouTube-Video. In einem Artikel auf gamestar.de habe ich die witzigsten Clips und GIFs gesammelt. Und in diesem Video zeige ich euch jetzt einfach mal meine drei Favoriten. Ok. Ohntie aperte! Arrivano assisting. Un출 Achte ein paar Becken! Ackeler, die wir hit umdriven! Arrivano delayschi! And vérit? Yep! Gardier! Melde man damit umfaritative! Right? Euphorcie operator commissioners hier! Ich bin der Liedsaber. Oh, okay, no Force Alarm. Oh, no, there he is. Darth Vader. Get him. I shot him. I shot Lord Vader. Lord Vader, come back. I'm your biggest man. Vader, hello. Notice me. Vader, come on. Vader, we've got work to do. Vader, can I not pick up his lightsaber? Oh, come on. Well, yeah, sorry. No, I got to him. It's my lightsaber, you can shot off. Yo, die. Die, imperial scum. Goddammit, I suck at this. Das letzte Video hier geht noch eine ganze Weile weiter. Den kompletten Clip und noch viele, viele weitere Videos findet ihr in meinem Artikel Star Wars Battlefront Epic Fails, Kills und Easter Eggs auf GameStar.de. Okay, let's go. Yes, yes, look at this. 2 1